Scheiß? Nein. Hast du doch aber schon gesagt. Sag nochmal, warum du eigentlich 60 Euro brauchst. Ich war nicht da. Ähm, erstens für ein Spiel. Was für ein Spiel? Oh, wo ist... Dankeschön für die Antwort. Und für den folgenden Start von dir. Ella ist geil. Overwatch ist scheiße. Das laufen einfach irgendwelche Monster rum, Alter. Overwatch ist scheiße. Du wirst es mir eh nicht holen. Doch. Nein, wirst du nicht. Overwatch ist scheiße, man. Dann hole ich mir lieber von dem Geld, das sie. Nein, heute lieber Rocket Leech. Okay. Spoiler, das kostet 15 Euro. Und du hast schon alle DECs dabei. Ehrlich? Ohne Scheiße, ey. Bei MMUGA so, ich guck so. Ohne DEC so. 12 Euro. Mit DEC. 15 Euro so. Macht den Unterschied, ne? Und du sparst um die 5 Euro. Weil ich dachte, da stand nicht, dass man alle DECs kriegt. Aber am Ende hatte ich es doch. Okay. Kick, please. Warum, du bist in meinem Feuer? Please, kick him. HE IS DECKEL! I KILL YOU, BITCH. I KILL YOU. I KILL YOU NEXT ROUND, NIGGLE. BETCHER. I fuck your mom, PULSE. Wollt sie doch nur aufmachen. Oh. Oh. Ich hab's hier, zufrieden. Ich hab's hier, zufrieden. Nein! F6! F6! Warum wollen die ihn kicken? F6! F4, Deport! F4, Deport! Scanning! Ja, fast taklat! 4 4 4 4 4 4 4 4 5 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 6 5 6 6 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 11 10 11 11 12 12 12 13 13 15 10 11 14 14 14 15 15 15 15 15 16 15 Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, dann... Kleine Entschiedigung, gucken wir uns einfach mal Yacht an. Gucken wir uns immer noch damit an. Ich verstehe nicht, warum man die nicht nehmen kann. Das ist voll geil. Okay... Ich weiß nicht, ob sie was machen. Die haben aber auch Yacht geändert. Ich verstehe nicht, warum... Warum sie es geändert haben. Macht irgendwie ja nicht so viel Sinn, oder? Nee, ich zumindest... Entschuldigung. 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 Man denkt irgendwie schade, weil so ja... war irgendwie echt geil. so weißt du das ist so du spielst einfach dann ist so jacht naja werde ich vermissen naja gut ich werde es vermissen naja dann machen wir immer noch ein locker ein kurzes und schnelles hündchen so das überhaupt funktioniert weiß keiner nein das ganze ja ja das klappt schon mal nicht dachte finde ich schade im hals echt traurig so ne warum warum tun sie denn das ist immer eine dc map so ne viel frost und frost ist immer so klasse die auch wirklich dafür gemacht ist und bug auch und so aber schade im hals ist so das ist so wieso sei ja leider nicht die einzige map das sind ja noch ganz diese anderen maps also freizeitpark ist jetzt auch aber zum beispiel jetzt oder zum beispiel jetzt hier wie hausseite ja gibt es ja auch leider nur noch da gibt es ja auch leider nur noch in der left bandit ich finde es eher schade als kacke ich kann mich anschießen ha pech gehabt pech pech so finisher kann von der michael ich glaube klar also wir haben ja so eine klantanung im halb und wollte ihr sollte eben halt weiß werden aber ich glaube die season tarnung eben halt die oder das allererste allem allem big ist sie glaube ich und die seitdem die tarnung jetzt werden und ja wie ihr hört ich habe keine lüfter mehr ich brauche man brauchen mein m m Mein Gott, mein Name. R4 ist eine Bombe. Be ready for assault. Degall mach. Wie will gucken, wie will... Bun? Wir sind hier. Ja, du kannst das Fenster setzen. Ach egal, halt einfach meine Schnauze, du kleine fette Mirror-Fatze. Du kleine fette Mirror-Fatze. Du kleine Arschgeburt. Du kleine Arschgeburt. Man macht es eher Sinn, wenn ich die Camp dort pack. Man macht es eher gar nicht. Man macht es eher gar nicht. Man macht es eher Sinn. Wenn ich sie einfach... So ein Pack. Ich hab ihn verloren. Du kWeibst, du barf. Du, deine Ahnung. Du kichst! Du kot. Du kichst. Binst du kichst. Du kichst. Du kichst. Wir gehen zur Sanfte. Scheiße, die wer... Noob Team! Noob Team! Noob Team! Nooooops! 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 Yes, your mom is a noob, and you! Okay, wir haben die Folge in My Drop bekommen, wir haben Idiots! Sorry, es ist im Moment die Runden irgendwie so behindert sind, weil die Scheiße Leute haben. Und weil Frost mich ja unheimlich mal töten muss. Naja, egal. Eine halbe Stunde, man hat... Jetzt schon. Season ist gerade für ihn eigentlich fertig angefangen. Und hört schon, man... Season dauert noch bis Dezember. Warte, nach Dezember werden die ausräumen. In dem September... September... Oktober... November... Dezember... Dezember kommen sie raus irgendwann. Ne, kommen sie ja sogar an meinem Geburtstag raus. Was geil wäre... Zweiten... Mit der Korean Map... Korea... Korea Map... Vielleicht... Weil... Was mir fehlt eigentlich... Boah, wir haben die keine Polen Map dann reingetan. Wann soll es die Polen Map geben? Soll es keine Polen Map geben? Ne? Ganz ehrlich? Na ja, egal. Könnt ihr mal schreiben, was Polen Map sein könnte oder so. In die Kommentare. Ciao, ciao! Ciao, ciao! Bis zum nächsten Mal.